Eine Zwangspause droht BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Imago Michael Weber beim BVB herrscht nach dem 24 in München Ernüchterung. Das wegweisende Pokalspiel in Leipzig steht vor der Tür. Nico Schlotterbeck macht sich Sorgen. 2 0 2 3 0 4 0 2 12 47 22 Die enttäuschende Reise München endete für die BVB-Profis kurz nach Mitternacht mit einer einstündigen Busfahrt von Paderborn-Dortmund. Und die Erkenntnis, dass der FC Bayern München nach dem höchsteinseitigen Spitz